Musik 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 Wolltest du schon immer mal den Adrenalinkick spüren, am Mischpult zu stehen und den Klang eines Konzerts komplett in der Hand zu haben? Oder wolltest du schon immer mal bei Adonia als Assistenztechniker oder im Technikteam mit dabei sein? Mit den Kursen der Adonia Talentschule möchte ich dir helfen, deine Fähigkeiten im Bereich Soundtechnik auf- oder auszubauen. Hi, ich bin Benni, 30 Jahre alt und seit 2007 Soundtechniker bei Adonia. Worin unterscheidet sich eigentlich ein analoges Mischpult von einem digitalen Mischpult? Wie sind digitale Mischpulte aufgebaut und wie konfiguriere ich mich sinnvoll durch den Dschungel der Konfigurationsmöglichkeiten? Genau diese Fragen beantworte ich im Kurs für digitale Mischpulte. Ich zeige dir, wie ich bei der Grundkonfiguration von einem digitalen Mischpult vorgehe und erkläre dir verschiedene Grundkonzepte, wie zum Beispiel den Unterschied zwischen Augswegen, XUB-Gruppen und einer DCA-Gruppe. Außerdem zeige ich dir, wie du auf einem digitalen Mischpult mit Szenen arbeitest und sie zum Beispiel bei einer Musical-Veranstaltung einsetzt. Der Kurs findet auf einer LNN-Heave-SQ statt, du kannst aber viele Konzepte und Herangehensweisen auch auf andere digitale Mischpulte übertragen. Damit du auch ohne Mischpultkenntnisse am Kurs teilnehmen kannst, zeige ich dir in der ersten Kurseinheit, die auch Teil des Basiswissenkurses ist, wie ein analoges Mischpult funktioniert. Trotzdem empfehle ich dir, mit dem Basiswissenkurs zu starten, wenn du noch keine Erfahrung im Bereich Soundtechnik hast. Wenn du vom analogen auf ein digitales Mischpult umsteigen möchtest oder gerne mal als Hilfstechniker bei Adonia dabei sein möchtest, ist der Kurs eine gute Vorbereitung für dich. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Melde dich an. Bis bald! Vielen Dank!